Dieser Text wurde vom Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e.V. BIP zusammengefasst. Angesichts der mangelnden Berichterstattung zu diesem Thema hat Activism Munich e.V. entschieden, es heute zu veröffentlichen. Die elftägige Bombardierung des Gaza-Streifens im Monat Mai verursachte umfangreiche Schäden an der Infrastruktur, die noch nicht behoben wurden. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz ordnete ein Importverbot für viele Rohstoffe, Werkzeuge und Maschinen an, die für die Reparatur der Wasserinfrastruktur dringend benötigt werden. Die Versorgungsbetriebe in Gaza benötigen 5000 verschiedene Produkte, vor allem Rohre, Ventile und Anschlüsse, um das beschädigte Wassersystem zu reparieren. Sie erhalten aber weder eine Importerlaubnis noch die Materialien, aus denen diese Produkte vor Ort hergestellt werden können. Eid al-Adha, das Opferfest, das jedes Jahr auch im Gaza-Streifen gefeiert wird, fand vom 19. bis zum 23. Juli statt, aber in diesem Jahr hatten viele Familien nicht die Mittel, um zu feiern. Die israelische Regierung verhindert nicht nur den Import von notwendigen Materialien zur Reparatur der Wasserinfrastruktur, sondern auch, dass Katar, anders als bisher, Geld nach Gaza überweisen kann. Den bedürftigen Familien wurden 100 US-Dollar pro Familie versprochen, ein kleiner Betrag, aber ohne dieses Geld werden Tausende hungern müssen. Die Zerstörung, die das israelische Bombardement im Mai hinterließ, hat die Lebensqualität der Palästinenser in jeder Hinsicht noch weiter beeinträchtigt. Zum Beispiel wurde die einzige Matratzenfabrik in Gaza zerstört und Matratzen sind jetzt kaum zu bekommen und außerdem sehr teuer. Da Trinkwasser zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählt, ist die Notwendigkeit, die Wasserinfrastruktur zu reparieren, umso dringlicher. Schätzungen besagen, dass ungefähr 95 Prozent des Grundwassers in Gaza für die Menschen nicht genießbar sind. Gazas jährliche Trinkwasserversorgung beläuft sich auf knapp 100 Millionen Kubikmeter. Dies war der Stand vor dem Bombardement im Mai. Wasser für die Landwirtschaft ist hier nicht mit eingerechnet. Hiervon stammen rund 85 Prozent aus eigenen Brunnen, circa 10 Prozent müssen von der israelischen Wassergesellschaft Mekoro gekauft werden und circa 5 Prozent stammen aus Meereswasserentsalzungsanlagen. Die Brunnen pumpen Wasser aus dem schwindenden unterirdischen Grundwasserleiter von Gaza. Ohne Benzin für Pumpstationen und ohne Strom können weder die Pumpen für den Brunnenbetrieb noch die Entsalzungsanlagen arbeiten. Das bedeutet, nach dem Bombardement im Mai fiel der durchschnittliche Wasserverbrauch in Gaza von 80 Liter pro Person und Tag auf 50 bis 60 Liter pro Person und Tag, was weit unter 100 Liter pro Person und Tag liegt, die die Weltgesundheitsorganisation WHO als Minimum ansieht und einen neuen Negativrekord selbst für den schwer geprüften Gazastreifen darstellt. Die Zeitung Haares forderte den israelischen Verteidigungsminister auf, die humanitären Auswirkungen zu berücksichtigen, die eine Verhinderung der Reparaturen bedeutet. Mahir Al-Najjar, stellvertretender Geschäftsführer für Wasserdienstleistungen in Gaza, sagte, dass nichts wichtiger für menschliche Bedürfnisse ist als Wasser. Auch Journalisten und Journalistinnen von Haares, allen voran Amir Haas, haben darauf hingewiesen, dass die Abwasserentsorgung nicht nur für die Gesundheit der Menschen in Gaza wichtig ist, sondern auch zu verhindern, dass die Abwässer ungeklärt ins Meer geleitet werden, von wo aus sie sowohl der Küste von Gaza als auch der Mittelmeerküste des Staates Israel großen ökologischen Schaden zufügen und den Fischfang massiv beeinträchtigen. Der Gazastreifen ist ein kleines und überbevölkertes Gebiet, in dem über zwei Millionen Menschen leben. Ein Vergleich zeigt, die Bevölkerung des Gazastreifens umfasst mehr als ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, aber die Fläche des Gazastreifens ist lediglich etwa 1,5 Prozent der Fläche des Staates Israel. Der Hydrologe Clemens Messerschmidt sagt, dass die Lösung, die die israelische Regierung durchzusetzen versucht, nämlich die großflächige Entsalzung von Meerwasser, eine trügerische Hoffnung und ein falsches Versprechen darstellt. Nicht nur würden die produzierten Mengen in Gaza niemals ausreichen, um die Wasserprobleme des Gazastreifens zu lösen, vor allem stellte diese Behandlung des künstlich abgeschnürten Streifens eine politisch falsche und gefährliche Fehlorientierung dar. Als kleines und dicht besiedeltes Stadtgebiet sollte Gaza wie jede andere Stadt behandelt werden und ihr dringendes benötigtes städtisches Trinkwasser aus den reichen Vorkommen des Hinterlands, also den umliegenden ländlichen Gebieten, erhalten. Das dafür erforderliche Hinterland ist in Gaza jedoch nicht vorhanden. Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza berichten von einer hohen Verschmutzung des Trinkwassers, das einen rostigen Geschmack hat. Haut und Haare werden beim Waschen geschädigt. Anhaltende Probleme mit der Quantität und der Qualität des Trinkwassers im Gazastreifen führten bereits zu einem Anstieg von Nieren- und Zahnerkrankungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017